Reformhaus mit Nachhaltigem Gesamtkonzept Dem Familienunternehmen ist es gelungen, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des denkmalgeschützten Hauses in der Innenstadt zu errichten. Bereits 2011 wurde der Betrieb mit neuen Kühlaggregaten mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. LED-Beleuchtung spart zusätzlich Energie ein. Die Anlage produziert so viel Strom, dass wir bei normalem Sonnenschein den Tagesbedarf zu 100% decken. Ich bin gern in der Natur insgesamt unterwegs und wenn man in die Stadt reinkommt, hat man manchmal wie eine Dunstglocke. Wenn jeder ein klein bisschen dazu tut, könnte das sehr viel besser werden.